hallo ihr lieben ich fange mal einen mischmasch hall an bei euch seh aus bei uns sind es 28 grad wahrscheinlich wenn ich das video drehe wenn das video online kommt dann sind es bestimmt kerstellige temperaturen von 8 grad oder so weil ab morgens ist richtig kalt wär und da kam mit joghurt einmal 1,5 da war für 49 cent im angebot ich mag joghurt total gerne ich mache mir immer ein potatoes in der heißluft fritöse und dann tue ich essig öl in salat machen und dann tue ich fette joghurt rüber und du isst auch joghurt einfach gemüsli meistens wie oder macht ja als bisschen voll die joghurt fans gewonnen quark habe ich auch mal geholt weil ich dachte ich mag so gerne quark und apfel und banane drin und dann ein bisschen müßli das mag ich mal ganz gerne quark der war auch glaube 65 cent nein das ist keine kibit aber das kann man sich alles reinschneiden dann haben wir hier einmal mozarella für 79 cent einmal snackpaprika für 99 cent aber das schmeckt ja keine paprika butter für 1,79 paprika oh was hat die noch mal gekostet boah ich weiß es auch nicht was hat paprika gekostet paprika hier paprika 500 gramm 1 euro 29 voll gut voll gut voll guter preis 1,29 das ist zu warten 79 cent ihr merkt an meinem einkauf ihr merkt auch dass ich kinder habe ihr merkt an meinem einkauf das ist unser einkauf jetzt echt viel aus obst und gemüse besteht weil wir ja immer noch sagen wir kaufen kann nichts ungesundes mehr also wir wollen fast nichts also fast optimal ist es noch nicht aber wir wollen nichts ungesundes mehr kaufen obwohl schon schwer gefallen ist dann habe ich einmal radies mitgenommen die müssen wir jetzt dann gleich abschneiden und waschen 59 cent ich finde es echt besser ich finde es richtig gut von dass wir noch nicht weggekommen sind so ganz ist leona wurst ich würde es jetzt nicht unbedingt mitnehmen aber daher macht mein mann noch nicht mit 99 cent denn wir ich und die bella haben eine andere leidenschaft gefunden statt wurst und co machen wir jetzt kresse auf unser butterbrot schmeckt mich richtig gut nein wurst 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 für 39 cent haben wir nicht also zwei haben wir noch da ja das macht ja nicht dann haben wir ja einmal so ein paprika wurst aufstrich die wurst leberwurst sowas für 1,49 noch mal tomate tomate mozarella ja genau da drin ist tomate mozarella ne aber tomate mozarella machen glaube ich jetzt gleich einen kleinen teller mozarella 79 cent dann habe ich hier eine laktose laktose freie milch mitgenommen weil ich möchte das mal testen weil ich trinke doch total gerne meinen eiskaffee aber ohne witz immer nach diesem eiskaffee habe ich bauchweh ich habe bauchweh richtig alles bläht sich so auf und ich glaube dass ich keine milch mehr vertrete oder keine laktose ich glaube eher keine milch weil bei allen anderen sachen ist es nicht doch wenn ich zu viel milch habe dann kriegt bauchweh ich probiere das jetzt einfach mal aus ob das jetzt einfach mal aus keine ahnung ob das jetzt besser ist oder schlechter weil mir hafer gedöhnt und so was schmeckt mir nicht aber auch immer war die sogar im angebot für 89 cent und deswegen dachte ich mir beste gelegenheit um das mal auszuprobieren bin mal gespannt bin echt mal gespannt das sind keine schlimmen bauchweh aber man denkt sich dann schon immer hätte man das halt lieber nicht getrunken fühlt man sich so aufgebläht und so keine ahnung und damit wir auch richtig cool hier sieht man das noch mal tomate mozzarella machen können haben wir so balsamico creme mitgenommen war sogar gerade im angebot für 149 da haben wir erste tüte und dann haben wir hier noch einmal so ein bio was war das bio vollkornbrot mitgenommen 1,2 das ist ohne ende wir haben extra gelesen und nochmal ein joghurt 0,1 dieses waren die letzten zwei joghurt deswegen haben einmal 0,1 und einmal 1,5 ich glaube 0,1 ist ein bisschen sehr übertrieben das ist auch ohne ein schätze wir haben alles nur ohne ein gekauft dann einmal somatis für jetzt tomate mozarella das ist auch ohne ein euro eine 1 euro 39 sorry 1 euro 39 zwei gurken für 1 euro 11 die sind auch schon wieder teurer geworden genau und dann haben wir im aldi dann da ist nichts mehr drin dann haben wir im aldi einfach keine kresse gefunden im aldi gibt es keine kresse furchtbar oder wir sind in aldi gefahren weil wir gedacht haben im kaufland gibt es nämlich heute ist nämlich samstag im kaufland und wir haben ja wie viel uhr hatten wir es fünfe wenn du um 5 uhr ins kaufland gehst kriegst du kein obst und gemüse mehr ich zeig sie dir gleich kriegst du kein obst und gemüse mehr deswegen sind wir zum aldi weil da gibt es schon noch obst und gemüse gab schon gut viel aber da gab es keine kresse deswegen mussten wir dann doch noch mal in den zweiten laden fahren und haben beim kaufland schau mal unsere kresse ist leer gefuttert ob wir ist so lecker und wir haben gelesen dass kresse leider nicht mehr nachwächst da können wir jetzt noch die restlichen stelle abschneiden und dann kann man die weg machen deswegen hast du vielleicht keine gegessen und dann habe ich sogar noch eine dass wir zwei mitnehmen übertrieben noch mal tomaten 99 die waren im kaufland ist wie günstiger ziemlich ähnlich aber günstiger 139 99 und dann habe ich noch einen kartoffelsack mitgenommen weil ich so gerne kartoffeln aktuell esse machen wir die einfach im airfryer solche würfel kartoffeln und dann salat dazu und beste knolle überhaupt 229 geht doch vom preis 2,5 kilo kartoffeln kann man jetzt langsam auch wieder kaufen die waren ja eine zeit lang so teuer ja und dann haben wir ausgegeben du hast noch wasser vergessen ach ja was haben wir auch noch 1,75 für wasser vorsicht hießchen vorsicht genau und wir haben ausgegeben einmal im aldi 28 euro 1 kann ich nicht mehr kann oder also wenn man mehr auf obst gemüse und so weniger fleisch und süßigkeiten kauft habe ich gefühlt ist sogar der preis am ende günstiger aber man muss halt öfters kaufen gehen weil man immer wieder frisches braucht und dann habe ich noch im kaufland ausgegeben 4 euro 56 für kartoffelkresse und ich zeige es euch mal drehe ich mal um und zeige euch mal die ausbeute so dann seht ihr das mal im gesamten hier in in der spüle in der treckerten spüle liegen schon die radieschen kresse sieht richtig gut aus ich bin richtig stolz auf den einkauf da bin ich auch gespannt wie die schmecken wenn wir gleich mal probieren ob die schon schmecken kartoffeln tomaten kurken diese laktosefreie milch da bin ich gespannt ihr könnt gerne mal auf eure erfahrungsberichte mix der milch reinschneiden da bin ich mega gespannt tomatis und ja das was jetzt so noch nicht so optimal ist wobei ich glaube dass die jetzt nicht schimpfen und da ich jetzt so lange gelabert habe eigentlich habe ich gedacht ich mache das tschicki tschacki tschacki ich habe die zeit gesehen jetzt auch schon wieder über zehn minuten gelabert schneide ich das jetzt hier gleich zusammen für euch und von demnächst ein mal schauen aber normalerweise mache ich ja immer so mich verscheuert zwei drei minuten und dann geht es weiter aber irgendwie habe ich anscheinend doch wieder ein bisschen mehr eingekauft weiß gar nicht ja anscheinend deswegen kriegt sie den gleich direkt die schnippen und wir müssen jetzt lange warten trotzdem kälter weil ab morgens wird es echt kalt werden jetzt noch mal salat gleich ja ja klar tschüss ihr lieben tschau ihr lieben und dann würde ich mich riesig freuen und kostenloses abo natürlich auch und dann hoffentlich bis zum nächsten mal ciao